Die Defensive steht gut und jetzt werden die Fäuste ausgepackt. Praktisch das Feuerwerk zu Silvester, kurz vor Ende des Spiels. Schiegel. Es gibt mehrere Brandhärte. Sidel. Das ist die attraktivere Paarung. Poivin. Punktevorsprung für Poivin. Gegen Hochhoffler. Hochhoffler noch ein etwas leicht unerfahrener mit seinen 22. Aber bringt körperlich gute Voraussetzungen mit. 1,91 groß, 95 Kilogramm schwer. Aber er muss den Rochhoff erst mal unter sich bekommen. Ja, Poivin Punktesieger. Muss man so sehen. Setzt sich unter dem Applaus der 3.700 Zuschauer als gefeierter Sieger auf die Strafbank. Aber das ist ein wenig Schöpfchen.